personelle Konsequenzen bei Borussia Dortmund und noch mehr Stallgeruch. Beim BVB tut sich nach den Weihnachtstagen einiges und darüber sprechen wir im heutigen Video. Viel Spaß! In erster Linie, liebe Leute, hoffe ich, dass ihr die Weihnachtszeit genießen konntet, dass es euch gut gegangen ist, dass es euch geschmeckt hat und dass ihr ein bisschen abschalten konntet. Denn jetzt, wo Weihnachten vorbei ist und wir zwischen den Tagen sind, da scheppert es wieder ordentlich beim BVB und es ist mittlerweile sogar auch schon offiziell geworden. Borussia Dortmund trennt sich zum einen von Armin Reutersan, der den Verein auf eigenen Wunsch verlässt, so heißt es zumindest in der offiziellen Kommunikation. Und stattdessen kommen zwei alte Bekannte zurück ins Trainerteam von Borussia Dortmund, nämlich Nuri Schein und Sven Iron Money Bender. Ja, und natürlich habe ich jetzt auch schon viele Nachrichten von euch im Laufe des Tages erhalten. Toxi, was sagen wir denn jetzt dazu? Und ich kann es euch noch gar nicht so richtig sagen, was ich dazu sagen soll. In erster Linie spricht jetzt mal kurz der Fußballromantiker aus mir und der freut sich sehr über eine Festanstellung von Nuri Schein und auch Sven Bender bei Borussia Dortmund, weil das sind natürlich verdiente Spieler, Vereinslegenden und sie standen auch für eine gewisse Art und Weise von Fußball, die mein Herz höher schlagen lässt. Und ich glaube, das geht vielen BVB-Fans so. Erstmal, wenn man jetzt mal alles andere ausblendet. Ich freue mich, dass Nuri wieder zurück ist und ich freue mich auch, dass ein Sven Bender wieder eine Funktion bei Borussia Dortmund hat, weil, ja, die haben einfach den BVB verkörpert. Ich meine, Nuri kommt aus dieser Region und Sven Bender mit seiner Art, Fußball zu spielen, mit seiner charismatischen Art, das passt einfach auch wie Arsch auf einmal. Das kann man auch gar nicht anders sagen. Ich verstehe es nur nicht. Nachdem ja jetzt klar ist, dass Edin Terzic gehalten wird um jeden Preis, so macht es ja erstmal noch den Eindruck, nachdem er mal wieder jeden Stein rumgedreht hat in der Analyse, die natürlich sehr schonungslos war etc. pp., ja, sind jetzt eben Entscheidungen getroffen worden. Und ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob Armin Reutershahn aus freien Stücken gegangen ist, wie kommuniziert wird. Kann natürlich so sein, ich weiß es auch einfach nicht, dass er einfach sagt, okay, so wie das hier lief, ich will und kann das alles nicht mehr. Ciao, Freunde, ich mache hier die Biege. Was man aber ja auch in der Vergangenheit immer mal medial mitbekommen hat, so zwischen den Zeilen, ist, dass es mit Armin Reutershahn und der Mannschaft auch nicht so gepasst haben soll, zumindest mit Teilen der Mannschaft, dass er da jetzt nicht so mega akzeptiert war etc. pp. vielleicht musste er auch gehen und man stellt das Ganze ein bisschen charmanter dar. Kommt aber ja aufs Gleiche raus, er ist nicht mehr da. Und damit verlässt den BVB sozusagen auch der einzig Externe ohne Stallgeruch. Und man holt sich jetzt mit Sven Bender und Nuri Schein natürlich auch wieder Stallgeruch rein. Und meine erste Einschätzung war, als ich es mitbekommen habe, typischer Hans-Joachim Batzke-Move erstmal. Wir holen uns natürlich wieder Vereinsidentität heran. Wir holen uns auch Leute heran, die mit Aki Watzke sehr gut können und ein sehr inniges Verhältnis haben. Und es ist, glaube ich, auch nicht in Abrede zu stellen. Ich glaube, das ist einfach faktisch so. Und was ich bei der ganzen Nummer nicht verstehe, während noch ein Sven Bender U17-DFB-Nationalmannschafts-Co-Trainer war, das heißt, er war auch in einer Co-Rolle und wechselt jetzt einfach wieder in den Vereinsfußball und dann zu seinem Ex-Verein. Und er hat ja auch in der Stellungnahme gesagt, ja, ich muss nochmal irgendwie schwarz-gelber werden und ich danke dem DFB bis hierhin, aber das musste ich machen, als die Anfrage kam. Das verstehe ich noch irgendwo. Bei Nuri Schein ist es aber anders. Der ist nun mal Head-Coach gewesen, also wirklich Cheftrainer bei Antalya Spor in der Türkei. Und da tue ich mich irgendwie schwer, mir vorzustellen, dass ein Nuri Schein zurück zu Borussia Dortmund kommt um auf lange Sicht der Co. von Edin Terzic zu sein. Da tue ich mich einfach schwer. Warum sollte ich den Cheftrainer-Posten aufgeben, wo ich mich ja wirklich in Amt und Würden weiterentwickeln kann, nur um zur Vereinsliebe zurückzukehren? Also bei aller Fanliebe, bei aller Fan-Naivität, natürlich ist es ein großes Ziel von einem Nuri Schein gewesen, bei Borussia Dortmund wieder in Lohn und Brot zu stehen, hundertprozentig. Aber ich glaube nicht in einer Nebenrolle unter Chef-Coach Edin Terzic, der ja momentan auch mit dem Rücken zur Wand steht und am Pranger steht. Dazu ist es jetzt so, dass Armin Reutershahn zwar jemand ist, der Borussia Dortmund verlässt als Co-Trainer, du holst aber zwei neue Co-Trainer dazu, auch auf Wunsch von Edin Terzic, können wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Das heißt, was haben wir denn jetzt für eine Hierarchie beim BVB? Du hast jetzt Cheftrainer Edin Terzic, dann hast du Nuri Schein als Co, dann hast du Sven Bender als Co, Sebastian Gebhardt hast du ja auch noch als Co. Das heißt, du hast drei Co-Trainer und den Top-Talente-Trainer Otto Addo ja natürlich auch noch, den ich aber so ein bisschen ausklammern möchte, weil er ja eben eigentlich eine andere Funktion hat. Aber du hast drei gleichberechtigte Co-Trainer und der Cheftrainer Edin Terzic. Ist jetzt so mein Kenntnisstand. Ich weiß nicht, ob da schon irgendwas anderes kommuniziert wurde. Aber auch das treibt mir eigentlich ein Fragezeichen ins Gesicht, wenn ich ehrlich bin, weil ich nicht weiß, wer da wie welche Aufgabe übernehmen soll. Und wie gesagt, Nuri Schein rückt damit auch auf jeden Fall wieder ins zweite Glied. Und ich habe mich jetzt mit Nuri Schein auch im Vorfeld dieses Videos nochmal explizit beschäftigt, weil ich ihn gar nicht so richtig verfolgt habe als Cheftrainer, weil ich auch die Super League einfach wirklich nicht wirklich verfolge. Bin ich auch ganz ehrlich und offen und transparent. Was ich natürlich weiß, ist, dass er ein Trainertalent ist, dass er auch als Spieler, als Sechser ein hohes taktisches Verständnis hatte, dass auch seine Trainer aus der Vergangenheit ihm durchaus schon als Spieler attestiert haben. Hör mal, da liegt eventuell eine große Trainerkarriere vor dir. Jürgen Klopp hat ihn ja dazu ermutigt. Auch mit Thomas Tuchel hat er sich als Spieler schon regelmäßig ausgetauscht und ist da in die taktische Tiefe mit ihm gegangen. Und ich glaube, dass wir da auf jeden Fall jemanden geholt haben, der auch das absolute taktische Know-how mitbringt. Alleine aus der Profifußballersicht, für mich ist das so ein bisschen die Parallele zu Xabi Alonso, bevor er jetzt zu Bayer Leverkusen gegangen ist. Und Nuri Sahin hatte natürlich auch arges Verletzungspech früher, aber ansonsten ist ja nicht in Abrede zu stellen, dass er auch auf einem extrem hohen fußballerischen Niveau war. Vielleicht nicht so hoch wie Xabi Alonso, eben auch ausgebremst durch Verletzungen in der Vergangenheit, muss man fairerweise auch dazu sagen. Aber auch er war bei Real Madrid, bei Liverpool, bei Borussia Dortmund, dann Werder Bremen, dann Spielertrainer bei Antalya Spor und so. Das heißt, er hat natürlich auch als Spieler schon krasse Trainer erleben dürfen und sich mit denen austauschen dürfen und von denen lernen dürfen. Also sowohl Jürgen Klopp als auch Thomas Tuchel, als auch Jose Mourinho und so. Das heißt, er hat schon von den Besten da gelernt und hat dann ähnlich wie in Jürgen Klopp in Mainz bei Antalya Spor eben über Nacht diesen Cheftrainer-Posten zugesprochen bekommen, nachdem man sich von dem damaligen Cheftrainer getrennt hatte, mitten im laufenden Wettbewerb. Dann war er auf einmal Spielertrainer und hat zu diesem Posten gekommen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde und hat sich aber direkt auch gemausert. Und ich kann schon verstehen, wenn man jetzt auch den Trainer Edin Terzic unbedingt halten möchte, dass es Sinn macht, ihm einen Co-Trainer zur Seite zu stellen, der ein hohes taktisches Maß hat, nämlich genau das Maß, was wir momentan oder was weite Teile Edin so ein bisschen in Abrede stellen. Wir haben ja alle gesehen, das, was wir da momentan fußballerisch anbieten, was wir taktisch machen, welche Lösungen wir finden, unter Edin, das geht so nicht. So, und jetzt holt man eben mit Nuri jemanden, dem ich einfach mal so aus dem Bauchgefühl heraus, ohne es untermauern zu können, ein höheres taktisches Verständnis auch aufgrund der Spielerkarriere unterstelle als Edin Terzic. Ich sage immer noch nicht, dass Edin keinen Plan von Taktiken hat. Ich glaube nur, dass Nuri da variabler und flexibler aufgestellt ist. Im Übrigen verlinke ich euch auch einfach mal hier unter dem Video einen sehr, sehr schönen Artikel. Wer einfach Lust und Muße und Zeit hat, sich mal den Trainer Nuri Schein näher einzuverleiben und mal ein bisschen ein genaueres Auge drauf zu werfen. Das ist ein Artikel von footballexplained.de, der mal den Trainer Nuri Schein so ein bisschen beleuchtete Artikel. Sehr, sehr interessant. Also Benni Grund wird ihn wahrscheinlich in zwei Minuten durchsuchten und auch die ganzen anderen Taktiker unter euch. Also ich kann diesen Artikel wirklich nur empfehlen. Checkt ihn in der Videobeschreibung nach diesem Video gerne mal ab und dann könnt ihr euch da ein eigenes Bild machen. Das ist ein positives Bild, was da von Nuri gezeichnet wird. Und das lässt mich auch erstmal positiv gestimmt sein, dass wir mit ihm jetzt auf jeden Fall ein Puzzlestück im Verein haben, was uns gut zu Gesicht steht. Ich frage mich allerdings, wie gut tut das Cheftrainer Edin Terzic auch zeitgleich? Weil, was ich mir jetzt vorstellen kann, wir haben ja anderthalb Jahre Edin jetzt erlebt, auch mit seinen Co-Trainern etc. pp. Und wir haben ja auch alle den Fußball gesehen und die wenig voranschreitende Entwicklung unter Edin Terzic. Und jetzt stellt euch mal vor, wir fahren jetzt ins Trainingslager, auch mit Sven Bender und Nuri Schein. Und wir zeigen auf einmal einen anderen Fußball, sind taktisch variabler, es sieht offensiv besser aus, es gibt vielleicht klarere Abläufe, klarere Strukturen, dann freue ich mich erstmal, weil das ist ja das, was ich mir wünsche, egal wie der Cheftrainer letztlich heißt. Ich glaube nur dann ehrlich gesagt nicht daran, dass das so sehr an Edin Terzic liegt, sondern vielmehr an dem Einfluss, den Nuri Schein jetzt mitbringt. Und in meinen Augen untergräbt das so ein bisschen den Cheftrainer Edin Terzic, um ehrlich zu sein, weil der sitzt dann auf PKs und der ist so nach außen hin immer noch der Dortmunder Junge, der diese Entscheidungen verantwortet. Glauben tue ich das nur nicht. Das ist jetzt eine persönliche Einschätzung von mir. Wenn das jetzt auf einmal alles anders läuft, als in den letzten anderthalb Jahren, nur weil jetzt auf einmal noch zwei weitere Co-Trainer da sind, weiß ich nicht, wie viel prozentual ist es wirklich Handschrift Edin Terzic, der sich ja jetzt auf einmal weiterentwickelt hat, oder wie sehr ist es dann wirklich eigentlich Nuri Schein, der dann die Trainerarbeit und die Fußballarbeit auf dem Platz übernimmt. Und dann ist für mich so ein Edin ein Stück weit auch verbrannt. Man hätte dieses Szenario machen können, in meinen Augen, bei Amtsantritt von Edin, dass man vielleicht sagt, hey, pass mal auf, wir haben erkannt, dass wir da taktische Defizite erkennen oder irgendwie sowas. Oder dass es generell dem jungen Trainer Edin Terzic gut tut, wenn er einen sehr, sehr guten taktischen Co-Trainer neben sich hat. Das war bei Jürgen Klopp zu Amtsantritt beim BVB ja auch so. Er war der Menschenfänger, er war der, der nach außen sehr krass gestrahlt hat, weil er auch seine Kompetenzen in diesen Bereichen hatte. Nicht, dass Klopp und ich auch fußballerische Kompetenzen hatte, aber das war eigentlich ja Selko Buwacz, der wirklich für das ganze Taktische zuständig war. Das hat ja auch Jürgen Klopp in zahlreichen Interviews damals gesagt und auch Piet Kravitz, mit dem er ja immer noch bei Liverpool zusammenarbeitet, hatte da seinen Anteil dran und er hat ja immer gesagt, das sind schon wir als Trainer-Team. Und hätte man das mit Edin von vornherein zum Beispiel gemacht, dann hätte diese tägliche Trainingsarbeit durchaus der Co-Trainer übernehmen können, auch die ganze taktische Auf- und Einstellung und dann hätte Edin das nach außen verkaufen können und so, dann hätte man das nicht so hinterfragt und vielleicht kritisiert oder irgendwie kritisch beäugt. Dadurch, dass jetzt aber der Fußball wirklich, wirklich schlecht war, den wir gezeigt haben, ist es für mich sehr zweifelhaft, welcher Anteil jetzt von Edin Terzic kommt, wenn es jetzt ad hoc mit einem erweiterten Trainerteam, was ja sein ausdrücklicher Wunsch war, bla bla bla, wenn das jetzt zustande kommt. Das glaube ich nicht. Also das wirkt dann für mich wenig glaubhaft. Und damit ist für mich beim Cheftrainer Edin so ein bisschen Kredit dann verspielt, was mir aber egal ist. Also ich wünsche mir einfach offensiven, schönen, strukturierten Fußball, variantenreichen Fußball, je nach Gegner. Bei tiefstehenden Gegner machen wir was anderes. Wir können mit hohen Bällen irgendwelche Überzahlsituationen schaffen. Wir können mit wirklich tiefen Läufen und tiefen Pässen wirklich mal Mannschaftsteile schnell überspielen. Also das wünsche ich mir ja einfach, dass wir immer Antworten finden auf das, was der Gegner uns anbietet und wir den Gegner dadurch unsererseits vor Probleme stellen. Das ist ja einfach mein übergeordneter Wunsch beim BVB. Und wenn uns jetzt der Co-Trainer Nuri Sahin unter Cheftrainer Edin Terzic da hinführt, dann ist es so und dann hat es sich auch gelohnt und dann funktioniert das auch. Ich glaube nur immer noch nicht, dass ein Nuri Sahin zum BVB kommt, um auf lange Sicht Co-Trainer zu bleiben. Ich persönlich, es ist jetzt einfach nur meine Einschätzung, mein Bauchgefühl jetzt so akut aus dieser Situation ist, dass ich mir vorstellen kann, dass Nuri schon die Ambition hat, Cheftrainer zu sein und dass man da vielleicht auch schon so ein bisschen intern jetzt die Weichen gestellt hat. Vielleicht auch, wenn es jetzt die nächsten Spieltage mit dem Cheftrainer Edin Terzic nicht weitergeht und Edin geht und dann muss vielleicht auch Geppi gehen, weil der zu seinem Trainerteam gehörte, dann hättest du mit Nuri und Sven Bender zumindest quasi das komplett neue Trainerteam schon in den eigenen Reihen gehabt, die dann einfach nur nachrücken. Ja, dass man ihm das so ein bisschen in Aussicht gestellt hat. Und ich glaube auch nicht, dass das so der explizite Wunsch von Trainer Edin Terzic war, bla bla. Das ist vielleicht ein Konsens gewesen jetzt aus dieser ganzen Analyse, aber man geht jetzt halt auch wieder den Weg, dass man eben Identifikationen holt und Stallgeruch holt und Nostalgie holt und auf die erfolgreichen Zeiten zurückblicken kann und ach ja, jetzt haben wir ja die gute alte Zeit auch wieder zurück in anderer Personalfunktion und so und das ist für mich als Fußballromantiker auch toll und ich freue mich darauf. Ich freue mich wirklich auf die Jungs und ich habe richtig Bock auf Sven Bender und Nuri Schein. 100 Millionen Prozent. Ich weiß nur noch nicht, was ich davon halten soll aktuell. Ich bin wirklich gespannt und lasse mich da echt überraschen, weil wenn man sich zum Beispiel auch diesen Football Explained Artikel mal durchliest über den Cheftrainer Nuri Schein und was der auch bei Antalya Spohr alles in die Wege geleitet hat, auf und neben dem Platz, wie er arbeitet, wie er auch die Mannschaft stärkt, wie er Kommunikation fördert, wie er trainieren lässt. Das sind natürlich Sachen, diese Kompetenzen hat ein Cheftrainer. Der kann das entscheiden. Darf das ein Nuri Schein unter Aki Watzke mit Edin Terzic so und sorgt das vielleicht sogar dafür, dass dann im Sommer nur ein Gedankenspiel wieder von mir, was ich mir zumindest vorstellen kann und nicht für ganz abwegig halte. Ja, was ist denn dann? Man hat ja medial gelesen, Sebastian Kehl steht da auch so ein bisschen in der Kritik und stellt euch jetzt einfach nochmal vor, dann nach der Saison, die man irgendwie in die Ziellinie rettet, wird dann Personal wieder irgendwie was entschieden und dann bleibt ja ein Edin Terzic im Verein, weil man den da unbedingt halten möchte und Nuri Schein wird dann Cheftrainer und ein Edin Terzic wird auf einmal Sportdirektor und ein Kehle muss gehen. Dann wäre das eine Entscheidung, wo ich sage, boah, da kriege ich Bauchschmerzen, wenn ich mir das nur vorstelle, weil das irgendwie alles nach Vetternwirtschaft klingt und so ein bisschen Angst habe ich davor, aber ich bin natürlich trotzdem in der Verfassung, dass ich sage, ich lasse das jetzt erstmal auf mich zukommen und ich bin ihm jetzt erstmal so ein bisschen positiv gegenüber eingestellt. Das ist für mich auf kurze Sicht jetzt was, aber niemals auf mittelfristige und langfristige Sicht. Glaube ich nicht. Also da ist immer noch genug Konfliktpotenzial, weil wir haben ja zum Beispiel auch immer noch Spieler, die zwar nicht gegen den Menschen Edin sind, aber gegen den Fußball von Edin sind und jetzt ist anscheinend dann Nuri Schein auch für den fußballerischen Teil zuständig und dann hat der nun mal auch viel mit der Mannschaft zu tun und hat vielleicht auch wieder die Aufgabe so ein bisschen in Richtung Edin zu vermitteln. Vielleicht auch mit Sven Bender zusammen, deswegen der doppelte Stallgeruch. Ich weiß noch nicht, warum Manni jetzt auch in der Funktion wieder da ist. Keine Ahnung, warum es dann noch diesen Stallgeruch-Co-Trainer so braucht, auch wenn ich mich freue über ihn, aber von der reinen Aufgabe her weiß ich es einfach nicht. Dann versucht man da jetzt einfach irgendwie diese Kuh vom Eis zu holen, aber wenn auch Nuri Schein eben im Hinterkopf hat, ich wäre gerne irgendwann auch Cheftrainer vom BVB, wo er ja auch nie einen Hehl draus gemacht hat, dann birgt das natürlich auch ein Konfliktpotenzial, weil den Posten hat ja eigentlich sein jetziger Chef Edin noch inne und wenn der dann aber sieht, boah, taktisch hat er aber wirklich keinen Plan und ich mache ja sowieso schon alles, dann weiß ich halt nicht, wie das auf mittelfristige und langfristige Sicht aussehen wird. Das ist natürlich jetzt Glaskugel gucken, das weiß keiner von uns, aber es sind so Mutmaßungen. Das sind einfach mal so lose Gedanken, die mir rund um diese Verpflichtungen der beiden Personen beim BVB jetzt durch den Kopf spuken und ich habe auch schon bei Transfermarkt.de mitbekommen und auch bei Instagram Nachrichten und bei YouTube Kommentaren mitbekommen, dass es vielen von euch auch so geht und auch das ist natürlich jetzt wirklich wieder auf Kante genäht und gefährlich in Anführungszeichen. Du holst eben junge Leute mit dazu. Im Übrigen finde ich es auch witzig, dass Edin Terzic jetzt auf BVB.de sagt und damit geben wir Nuri Schein und Sven Bender als jungen Trainer natürlich auch noch die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Ganz ehrlich, Edin Terzic hat eigentlich einen relativ ähnlichen Kenntnisstand. Ich weiß auch nicht, wie es vielleicht wäre, wenn Nuri Schein jetzt schon die UEFA Pro-Lizenz gehabt hätte als Trainer. Die hat er nämlich noch nicht, die muss er noch machen. Ob Edin dann jetzt noch Cheftrainer geblieben wäre oder nicht, weil de facto darf er noch gar kein Cheftrainer sein. Ja, keine Ahnung. Also es sind viel mehr Fragen in meinem Kopf als aktuell irgendwie Ausrufezeichen und trotzdem nochmal, glaube ich, du holst dir die notwendige Expertise in Form von Nuri Schein definitiv in den Verein und er ist auch jung genug, um nah an dieser Generation sein zu können. Das hat er auch mal in einem Interview gesagt, dass sein Alter auch ein Vorteil sein kann. Er hat eine andere Ansprache. Ich glaube, er ist auch nochmal emotionaler, er ist auch nochmal vielleicht eloquenter als ein Edin und einfach nochmal ein anderer Typ Mensch und ein anderer Typ Trainer, eben mit einem taktischen Repertoire auch aus der fußballerischen Vergangenheit und da freue ich mich jetzt erstmal schon drauf. Nur für das Gesamtkonstrukt Borussia Dortmund bin ich einfach mal sehr gespannt, weil eins ist unterm Strich für mich klar, das Wichtigste jetzt aktuell ist mir nicht der Stallgeruch, sondern wirklich die fußballerische Kompetenz und Expertise. Die muss über allem stehen. Wenn du mit dieser fußballerischen Kompetenz und Expertise dann auch Stallgeruch hast und das funktioniert, dann ist es eine Fußball-Love-Story, die man sich so als Bravo-Starschnitt irgendwie damals Bravo-Sport-Starschnitt übers Bett hängen kann und anschmachten kann als Fußballfan, weil man sagt so, oh ja, das habe ich mir immer gewünscht, wir spielen gut, wir stehen ergebnistechnisch gut da, wir holen Titel und dann sind das alles noch Dortmunder Jungs. Hach, man hat Ergebnisherz auf. Das wäre schön. Also das ist so der Lieblingscase, glaube ich, aller Borussen, wenn das so funktioniert. Aber das Wichtigste für mich ist wirklich erstmal fachliche Eignung und Kompetenz über Stallgeruch und da weiß ich nicht, Stallgeruch haben wir jetzt auf jeden Fall ganz, ganz heftig mit Kaylee, mit Nuri, mit Edin, mit Gepi und auch mit Money Bender und so und das ist alles noch so diese Aki-Watzke-Bubble und so, birgt für mich immer noch Explosionsgefahr, aber wir haben eine Veränderung, wir machen nicht einfach nur weiter so, sondern es gibt personelle Konsequenzen und Veränderungen und wohin die uns führen, das werden wir relativ bald sehen und dann bin ich auch gespannt, schnell gespannt, ob wir irgendwelche Veränderungen sehen und wirklich den Einfluss auch von Nuri und Sven Bender sehen werden. Ich bin echt gespannt auf eure Kommentare dazu, auf eure Meinung zu dem ganzen Karussell, Personalkarussell von Borussia Dortmund, was ihr wirklich dazu denkt, wie euer Bauchgefühl ist, haut einfach mal die Kommentare raus, haut in die Tasten und viel mehr kann ich Stand jetzt erstmal nicht sagen und wie gesagt, alles was wirklich System betrifft, Taktik, Ausrichtung, Flexibilität, was Nuri wirklich ausmacht als Trainer, checkt unbedingt den footballexplained.de Artikel mal ab, weil die können das viel besser und viel qualifizierter niederschreiben, als ich es euch als Taktiklei rüberbringen würde. Wir werden natürlich auch bestimmt mal mit Benni Grund darüber sprechen, welchen Impact Nuri haben kann und dann kann der euch das nochmal auf der Ton- und Videospur rüberbringen. In dem Moment soll es das von mir gewesen sein. Ich wünsche euch liebe Leute allen einen guten Rutsch ins neue Jahr 2024, auf das es für Borussia Dortmund und uns alle bestmöglich läuft, dass es uns gut geht, dass wir alle gesund bleiben, dass wir viele Erfolge gemeinsam feiern können mit unserem BVB, denn das wünschen wir uns ja alle und in dem Sinne bin ich raus und sage nur der BVB, aber nur der BVB macht's gut. Euer Toxi.